also so wie das aussieht jetzt da wo wir den schnee wieder sehen am steingürtelgruben rand sachen jetzt sieht man nicht mehr die steingürtelgrube warnt es ist diese dunkelheit der steingürtelgrube verschwunden und jetzt ist genau am rand der steingürtelgrube der schnee dazu was sie sagen blau okay die übernachtung ist heute bestimmt ja die dunkelheit sobald sie wieder kommt die steingürtelgrube die waren so weit wie sie wieder sehen scheint wohl dass wir wieder irgendwo hier übernachten müssen warum das so ist richtung münzenbehälter weil es scheint so dass diese leute ein bisschen anal verbeten sind der häuptling was wir haben und da weiß selbst nicht mehr bescheid mit seinem orangen band ist hier überall oranges band sachen diese lustige sachen hier sagen